Luis Friedi Mentile ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Er lebt in Köln und München. Leben und Karriere Luis Friedi Mentile stammt aus einer Künstlerfamilie. Seine Eltern sind die Schauspielerin Johanna Liebmeiner und der Kameramann Michael Thiele. Seine Großeltern waren der Regisseur Wolfgang Liebmeiner und die Schauspielerin Hilde Kral. Mit 13 Jahren stand er das erste Mal für den ARD-Fernsehfilm Leise Schatten unter der Regie von Sherry Horman vor der Kamera. Kurz darauf spielte er eine Episodenhauptrolle im Münchner Tatort Klassenkampf unter der Regie von Friedi Manfromm. Nach seinem Abitur im Jahr 2000 studierte er an der Schauspielschule American Academy of Dramatic Arts in Los Angeles, USA und schloss seine Ausbildung 2003 mit dem Bachelor of Arts ab. Friedi Mentile kehrte nach Deutschland zurück und spielte Rollen in Produktionen wie die Stimmen Alpha Team, Mama und Papa, Alarm für Cobra 11, die Rosenheim-Cops und dem Kinofilm Merry Christmas, der 2006 für den Oscar als bester ausländischer Film nominiert wurde. Von 2005 bis 2008 war Friedi Mentile Ensemble-Mitglied am Schauspiel Essen unter Intendant Anselm Weber, wo er noch bis 2010 als Gast spielte. Im Jahre 2008 wurde er in der Kritikerumfrage des Theatermagazins Theater pur zum Besten Nachwuchsschauspieler nominiert. Seit 2008 ist Louis F. Thiele auch als Synchronsprecher aktiv. In dem Film Final Destination 5 spricht er die Hauptrolle Sam Lothen. In der BBC-Serie Robin Hood spricht er die durchgehende Rolle des Wild Scarlet und ist auch als Hauptrolle Theodore in dem Adventure-Spiel The Lost Chronicles of Cazora zu hören. Zudem arbeitet er regelmäßig als Sprecher für den WDR und das Deutschlandradio. Seit 2012 spricht er die durchgehende Hauptrolle Prince Charming in der ABC-Serie Once Upon a Timer sowie die durchgehende Hauptrolle Gendry in der erfolgreichen HBO-Serie Game of Thrones. 2015 übernahm er die Sprecherrolle des Protagonisten Seth im Film Frequencies. Im Sommer 2013 dreht Louis Friede Mentile den österreichischen Kinofilm Reis ab in Tirol. Filmografie Kino 2005 Merry Christmas 2008 John Deere 2009 Weiße Stille 2009 Selbstmord nervt 2009 Memory 2010 Sprungbrett 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Schwarzherz 2013 Reis ab 2014 The Eye To Safe 2015 Das Wetter in geschlossenen Räumen Fernsehen 1994 Tatort Klassen Kampf 1997 Polizei Ruf 110 Feuer Tod 1999 Tödliche Schatten 2004 Alarm für Cobra Elf Die Autobahnpolizei 2004 Schulmädchen 2016 Auch über Flieger stürzen ab 2011 Lena Liebe meines Lebens 2011 bis 2012 Ein Fall für die Anrainer 2014 Bettys Diagnose 2015 Der Staatsanwalt 2015 Soko 5113 Theater 2005 bis 2008 Ensemble Mitglied am Schauspiel Essen 2009 Ein Sommernachtstraum Theater erlangen 2010 Komedien Harmonists Städtische Bühnen Münster 2012 Komedien Harmonists Musiktheater im Revier 3 9 9 10 12 13 14 14 15 Untertitelung des ZDF, 2020